Hallo Freunde, wir spielen heute Slender Space. Ich sehe gerade meine Brille spiegelt, das wundert mich, weil die ist eigentlich voll dreckig, cool, 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 okay, Slender Space, ja, eine andere Form des Slendermans, mehr weiß ich nicht, ich nicht, soll nicht ohne sein, freue mich, Tasten suchen, auf Singleplayer klicken und Angst haben, okay, boah ist das laut. Irgendwas passiert? Ja, ja, ich sehe nichts mehr, abgestürzt? Ach du Scheiße, okay, wie gesagt, wir müssen, oder was heißt wie gesagt, wie gesehen oben müssen wir Powernodes finden, dann machen wir das auch mal. Oh Mann, krieg ich jetzt schon Paras. Und das ist so, noch geht's mir gut, noch geht's mir gut, ist auch noch nicht viel passiert. Oh, der Sound. Was ist das? Der Slender! Der Slender läuft! Der Slender läuft! Der läuft, Mann, der läuft, der läuft! Ich will weg hier! Renn! Run! Go! Kann ich nicht! Oh, Alter! Ich hab den jetzt gar nicht erkannt! Oh Mann, ey! Hier ist nix, gut! Oh, ich hab voll Paras, Mann! Oh, jetzt geht mein Handy auch noch Akku tot! Geiles Deutsch! Oh, ich hab voll Paras, Mann! Oh, wieso läuft der Slender? Jo, tot, würde ich sagen. Ja, wo gibt's denn diese Powernode-Dinger? Hier ist nix. Da, bist du so am Ding? Kann ich dich aufheben? Ja, wir haben die 1. Oh, die Musik fängt an. Ich will nicht. Angst! Boah, ist das creepy! Nee, das ist uncool! Das ist wirklich uncool! Ah! Oh, Alter! Alter! Ich will nicht mehr! Das Spiegel ist doof! Hier war ich schon! Bekanntes Gebiet! Da kam das Slender raus! Ist er nur da? Nein! Warum laufe ich hier rein? Nee, das ist gut! Sorry, dass ich so ruhig bin, aber ja das geht grad gar nicht. Das ist ja echt pervers! Fünf Stück noch! also die atmosphäre ist wesentlich beängstigt des brachfehler wesentlich schlimmer als ins länder selbst das geht ja mal gar nicht ich habe mich noch nicht mal vom slender erschraubt aber gut dass ich eigentlich ein starkes herz habe eigentlich glaubt das wäre auch schon ganz anders die mucke nervt mich nicht oh man oh man will ich hier rein nein eigentlich nicht um trüster so jetzt weiß auch ich schon mal ich singe wenn ich angst habe ich will jetzt raus ich will jetzt raus open open no ich kann doch nicht rennen da geht es nicht kommt ihr dahin ich höre was alter bin ich reingegangen lauf gänsehaut man oder ist bestimmt hinter mir werde ich denn noch mal los ja jetzt nicht rauskommen bitte ich gucke da erst gar nicht rein boah ist das creepy boah alter geht gar nicht hilfe alter was ist hierhin passiert ich kriege eine ganz zittrige hand alter kasse hier will ich raus ah ah wette der steht jetzt rechts oder so nee da geht es weiter boah der läuft man kommt da gar nicht drauf klar Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Warum macht man sowas? Warum spielt man sowas? Hier war ich doch schon, Mann. Ich laufe wieder in eine Falle rein. Alter, was war das denn? Oh, Mann, ey. Da ist er, okay? Hier war ich doch schon, Mann. Alter. Warum, 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 warum? Tür, ich will eine Tür. Da hinten ist eine Tür. Komme ich da her? Nein. Doch. Ne, hier war ich aber auch schon. Hier war ich auch schon. Hier war ich auch schon. Kommt der da? Weiß ich nicht. Boah. Boah. Nein, hier gibt's nix, Mann. Ich hab jetzt einen, so ne Pornnudel-Modes gekriegt. Irgendwo müssen doch die anderen noch sein. Ich hab keine Ahnung. Na, von wo kommt er? Wo, 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 wo? Nein, lauf, 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 lauf. Ha, ich lebe, ich lebe. Ja! Ja, der pfeift, 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 pfeiftig weg. Alter. Das war Slender Space. Es ist ein Let's-Test-Schock-Play. Also, ich weiß auch nicht. Ey, das ist ja total... Also, lustig ist was anderes auf alle Fälle. Das ging ja mal gar nicht. Kurz und knackig, würde ich sagen. Äh, man sieht sich beim nächsten Let's-Schock. Tschöpö!